Hier am Boden oder gestrecktes Bein und dann kannst du es auf dem oberen Bein anheben. Das geht auch. Ja. Super. Ich hole mal das Bein an. Das ist auch nicht schlecht am Frühboden. Ich muss auch am Frühboden hier abnehmen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Wisst ihr das? So, langsam mit zurück. Und jetzt in die Bauchlage noch abschließen. Nee. Das geht nicht. Enger Spitz. Langsame Zeit, nur wachst du dich. Das geht leider nicht. Wir können nicht. Wir haben ein Buch. Na also. Nee, super. Alles gut. Wie wir es noch machen. Du mal hoch. Bestütz. Du mit da hinten. Ganz wasser. Du in der Nähe von mir. Das ist so glücklich. Ganz viel Haverspannung. Ganz viel Bauchspannung. Der macht doch nicht. Hinten bis 10 Stunden. Und die 2 cm. Mein Boden ist jetzt an. Das ist Yoga. Oder? Oder?